Pilze? Was für Pilze? Ich will Pilze. Was hat das mit Pilzen zu tun? Ach. Sprecht ruhig über Pilze. Ich spiel mal weiter, ne? Spitzkirchiger Kalkopf. Ich glaub ich hab irgendwas verpasst. Kann das sein? Spitzkirchiger Kalkopf. Okay, gewinnt euch mir immer noch im Gift. Ach, die Pilze. Jetzt versteh ich. Zwei, eins, los. Wobei ich mich daran auch überhaupt gar nicht mehr erinnern konnte, um ehrlich zu sein. Ist ja eigentlich okay, oder? Ich weiß es nicht. Es erscheint direkt vor mir einer. Und ich sehe ja zu spät. Das ist natürlich der Kacke. Hey, einer. Danke. Meiner, meiner, meiner. Danke. Äh. Ui. Ui. Auf da. Ist das auch meiner? So. Hehehe. Ich hab gedacht, da erscheint einer. Das sah auch so aus, oder? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit diesem Schuh nicht um den Zug rennen. Ah! Ah! Hilfe! Ich mein, ich find das auch auf jeden Fall nett von dem Spiel, das du mir vorher sagst. Von wegen der erscheint hier zum Beispiel, das ist schon mal sehr viel wert. Eigentlich muss der Ding jetzt, glaub ich, nur nach Hause fahren, oder? Ich glaub nicht, dass die anderen Leute es noch hinbekommen, und so viele Sachen hier zum Pumpen. Nein! Okay, jetzt muss ich noch raketen. Ai. Nein! 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 Direkt vor mir! ein auch die kiste das wäre sehr gut für die kiste klaus von wixxer hier geht man mir auch genau in schritten die eier weggesprengt weiter weiß nicht warum ich die kiste nicht haben wollte keine ahnung wie sagt meine kiste ich hatte korte sind schon besorgt ist aber nicht schön nein ich war zu schnell unterwegs ja ich habe immer getroffen ich weiß nicht wie drei und trotzig also versuchen zu dann muss man aufpassen dass man nicht mehr so ein pilz rein springen wenn ich unbedingt direkt vor einem erscheinen grundvoraussetzung kiste ich will eine kiste haben biete die biete habe ich jetzt schon ein pilz reingesprungen ich habe nicht gesehen naja was soll ich was kostet die welt kiste bitte für mich da sehe ich eine kiste für mich nur für mich vielleicht lieber darum den pfeil haben aber ist egal ja ja was ist denn sehr gut das ist die stäbe sei das klaut über die ganzen felder weg die schweine als gute wieder geld machen ich habe eigentlich immer gelb von den feldern die wir machen oder liegt es an dem charakter ich habe gedacht ich treffe irgendjemanden auf dem weg aber nö ich will eine kiste bitte jetzt in meiner nähe haben kein pilz kiste ja da war überall pilze man ich hätte da oben gehen können aber meine reaktion nicht mehr ausgereicht los das hat sich gerade gedreht der scheiß feier ha haare la ruhe du penner kack affe ne was hat er hier oben den spiel zu suchen ey ha 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 meine kiste kiste meine kiste okay das habe ich nicht gesehen aber ich habe das schon gesehen aber ich wusste dass ich auch mal direkt zwei punkte ergattern schön das bringt die zwei hinterher entscheidend das war jetzt der fette aber wie ein bild das ist eigentlich immer auch die gleichen gegen die man kämpft weil ich meine als das letzte mal teilgenommen hat hat es auch die drei gegner liegt vielleicht auch daran weil ich wieder teilgenommen keine ahnung die normaler weg mensch ist eigentlich jetzt aktiviert ja ja nein weg ab 4 sekunden oder das sollte ich doch mal immer mal schaffen oder weil der abend ist noch jung die reich von den punkten her ist das glaube ich schon ganz gut weil ich hier gerade gerissen habe frage ist nur wäre ich noch ein pilz erhaschen freiwilliger weise haben doch mal ja ein 8 das sollte eigentlich reichen was die koala kommt hat 21 punkte warum woher verdammte scheiße das habe ich mal überlebt und jetzt hat er glaube ich werden konnte gebrochen mit seinen scheiß punkten meine güte das schöne so kippe kassel eine hand spiel mann ich habe gleich das gewonnen haben weil sonst nur einmal einer über 100 punkte wäre es auch besser mit ihr scheiße da springen könnten die pilze und hier auch direkt tot werde ich einfach nur alleine während dann meine punkte sammeln könnte das fände ich ganz nett was dieser nicht nett ist er bekannt korte ist nicht nah bei mir ich hab den pilz überhaupt nicht gesehen bist doof oder so ich hab aber auch nie spiel gesehen was einen so demütig du versagst ja es ist so dass ich die ganzen scheiß verfickten kisten mit seinen kacken schnellen fix schuhen so weg nein doch nicht konzentration denn es meine schuhe meine schuhe danke schön danke schön okay jetzt habe ich etwas haben vorher natürlich da jetzt heißt schießen wir uns gegenseitig ab und dann wir dritte freund fickt dich warum ist der stelle da als ich welchen er abgeschossen habe ich schneller war die scheiß revoyer schnell gezogen ab dem ist tot sein verdammt so jetzt fickt euch leute echt das ist so jemand reist ich würde es eigentlich denken nur noch welche pilz scheiß springe durch das verkacken kortex bitte keine kiste mehr keine kiste mehr kortex ja das stimmt wegen feier das kommt mir auch so vor das ist immer einfacher wie die öfter man stirbt aber ich glaube nicht dass es so ist danke sind danke für den applaus ja voira ja 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 ja